Schön, dass wir beim Gottesdienst sein dürfen und Jesus alle Ehre geben. Der wo ist, der war und der wieder kommen wird. Vater, ich danke dir für deinen Sohn, den du uns gegeben hast. Du hast gesagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zustanden werden. Danke auch für dein Wort, dass es lebendig ist und dass es nicht leer zurückkommt, sondern das ausrichtet, für das es gesandt ist. In Jesu Namen, gib uns offene Herzen und offene Ohren für dein Wort. Ohne dich können wir gar nichts tun. Niemand kann zu Jesus kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Wir beten, Vater, zieh die Menschen. Zieh die Menschen zu Jesus. Amen. Amen. Die Predigt heißt heute, Wer sind die zehn Jungfrauen? Wer sind die zehn Jungfrauen? Das ist ein Gleichnis in der Bibel, im Matthäus Evangelium 25. Wir wollen das mal zusammen lesen, diese Geschichte. Und danach werden wir auch einen Film zusammen angucken, einen kurzen Film, auch von diesen zehn Jungfrauen. Matthäus 25, 1 bis 13. Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen aber waren klug und fünf töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihre Gefäßen, mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt! Geht aus! Ihm entgegen! Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, Gebt uns von eurem Öl! Denn unsere Lampen erlöschen! Aber die Klugen antworteten und sprachen, Nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf! Er aber antwortete und sprach, Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Amen. Wer geht dem Bräutigam entgegen? Wer ist das? Wer sind die zehn Jungfrauen? Wer ist heute hier, der dem Bräutigam entgegen geht? Wer geht dem Bräutigam entgegen? Die Gemeinde? Amen. Alle, die wir hier sind, gegen den Bräutigam entgegen. Wir sind hier wegen Jesus, wegen dem Bräutigam. Nicht die Welt, nicht die, wovon Jesus nichts wissen wollen, sondern die hier sitzen und in allen Gemeinden und Kirchen sitzen. Das sind die zehn. Das sind die zehn Jungfrauen. Sie warten alle und sie gehen alle dem Bräutigam entgegen. Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegen gingen. Fünf von ihnen aber waren klug und fünf töricht. Das sind Menschen in der Gemeinde. Nicht draußen. In der Gemeinde. 2. Korinther 11, Vers 2 Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Hier schreibt Paulus von einer keuschen Jungfrau. Nicht irgendeine Jungfrau, sondern eine keusche Jungfrau. Wenn sich eine Jungfrau nicht enthaltet, ist sie keine Jungfrau mehr, auch wenn sie sich für eine ausgibt. Sie ist so lange Jungfrau, solange sie keusch bleibt. Eine keusche Jungfrau für den Ehemann. Nach außen hin sieht man es nicht. Und das ist der Unterschied zwischen den fünf Törichten und den fünf Klugen. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Sie haben alle zehn haben Öl, äh, diese Lampen. Fünf haben Öl, noch extra, und fünf nicht. Und ich habe uns noch ein Bild mitgebracht. Lass uns das mal gemeinsam anschauen. Können wir vielleicht etwas dunkler machen vorne. die Lampe und das Gefäß. Der große Unterschied zwischen der Lampe und dem Gefäß ist, dass die Lampe brennt und das Gefäß nicht. dieses Gefäß kann ich auch in die Tasche stecken. Ich werde die nicht beide in der Hand halten. Ich brauche nur die Lampe umzusehen. Und diese Lampe sehen auch andere Menschen. Das sehen die Ungläubigen. Ha, der geht zur Bibelstunde oder sonstiges zum Gebet. Das sehen die Ungläubigen. Da brennt irgendein Licht. Irgendwas brennt. Aber dieses Gefäß mit dem Öl sieht man nicht auf Anhieb. Man kann es in die Tasche tun. Man kann es verstecken und ist nicht gleich sichtbar. Und wie in Markus 4 Und die bei und die bei denen unter die Dornen gesät wurde, spricht Jesus. Das sind solche, die das Wort hören. Die in der Welt draußen hören das Wort Gottes nicht. Das sind die, wo das Wort Gottes hören, Bibel lesen, zur Gemeinde kommen. Die, wo das Wort Gottes hören. Aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen und dringen nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Und bei einem Gefäß spricht Jesus ist es dann so und die bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine dreißigfältig, der andere sechzigfältig, der andere hundertfältig. Das ist der große Unterschied. Wenn wir nur eine Lampe haben, sind wir unfruchtbar. Wenn wir aber auch Öl haben in dem Gefäß, bringen wir auch Frucht. Ob es dreißig- oder hundertfältig ist, spielt keine Rolle vorerst. Aber entweder fruchtbar oder unfruchtbar. Diese zwei Sachen gibt es. Es gibt nicht zwischendrin halbe Frucht. Es gibt keine halbe Frucht, es gibt nur ganze Früchte. Der äußere Schein von dem Öl, von diesem Ölgefäß, wo oft versteckt ist. Und das Problem, warum das Öl nicht ins Gefäß hineinkommt, weil Jesus möchte ja das Öl ausgießen, seinen Heiligen Geist, in die Gefäße. Und das Problem ist, warum kommt das Öl nicht in das Gefäß? Warum kommt es nicht hinein? Um Lukas 4, Vers 18 spricht Jesus in der Synagoge, als er da war, hat gepredigt und dann spricht er, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat gesalbt. Mit was salbt man? Öl! als er sich taufen ließ, da kam auch Öl, da kam der Heilige Geist auf Jesus und danach predigt er und predigt, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind. Jesus braucht ein zerbrochenes Gefäß. Wir können nicht mit unserem schmutzigen Gefäß zu ihm kommen. Das funktioniert nicht. Wir brauchen ein neues Gefäß. Jesus sagt auch, ich kann den neuen Wein, der kommt nicht in alte Schläuche. Wenn ich den neuen Wein in alte Schläuche reinmache und so ein Schlauch, das ist auch ein Gefäß, das ist ein Gefäß, um Wein aufzubewahren. Und wenn der neue Wein in alte Schläuche geht, werden die Schläuche platzen. Genauso ist es bei uns Menschen heute. Wenn wir unser altes Herz haben, das was wir von Geburt an hatten, da kann er nicht reinkommen. Der neue Wein muss in neue Schläuche, damit sie nicht platzen. Es ist so wichtig zu verstehen. Wir brauchen ein neues Gefäß. Ich kann aber das alte Gefäß nicht einfach zur Seite stellen. Es muss zerbrochen werden. Es muss zerbrochen werden, weil Jesus ist gekommen, nicht um zu heilen, was gut ist. Er sagt, ich bin nicht gekommen für die Gesunden. die Gesunden brauchen den Arzt nicht, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Unser Herz muss brechen, komplett, komplett bis auf null. Es muss kaputt sein. Und dann werden wir schreien, gib mir ein neues, ein neues, ungeteiltes Herz. Vorher brauchen wir es ja nicht. Vorher haben wir unser altes, verstaubtes Gefäß. Da sind wir glücklich. Es muss brechen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind. Und das ist oft die Blendung heute. Die Taten, dass man sich auf Taten verlässt. Was habe ich getan? Ich war am Sonntag in der Gemeinde. Ich war am Mittwoch beim Bibelkreis. Ich war da und da. Ich habe das und das und das gemacht. Das steht aber nicht in der Bibel. Nicht die Taten machen uns gerecht. Ich will von meinem Leben erzählen. 2013 bin ich hier zur Gemeinde gekommen. Ich weiß noch, ich bin da ungefähr gesessen, wo unsere Schwester Sieglinde gerade sitzt. Da bin ich gesessen. Ungefähr da. Ich weiß nicht, was in der Predigt war. Aber ich habe auf einmal geweint. Was ist hier los? Irgendwas ist hier was Lebendiges hier in der Gemeinde. Das Einzige, was ich gemacht habe, habe ich meine Frau angerufen und gesagt, wir müssen hierher gehen. Hier ist irgendwas anders. Hier ist irgendwas anders. Wir müssen hier kommen. Komm lass das wird dir auch gefallen. Das war 2013. 2015 ich bin dann so alle zwei Wochen, alle drei Wochen mal zur Gemeinde gekommen, zum Gottesdienst. Und dann 2015 ich habe wahrscheinlich in der Predigt geschlafen, aber der Paul fragt dann, wer möchte heute sein Leben Jesus abgeben? Und irgendwie hat es mich dann gezogen, ja, ich gebe jetzt mein Leben Jesus ab. Ich bin vorgekommen, habe vor allem mein Leben Jesus abgegeben. Ich habe gesagt, ja, Jesus, ich will dich, ich brauche dich und alles. Ich habe gebetet einfach. Und dann, im gleichen Jahr habe ich mich dann auch taufen lassen, weil es steht ja in der Bibel drin, wer glaubt und getauft wird gerettet werden. Dann habe ich mich taufen lassen. Aber ich hatte immer noch das alte Gefäß. Ich hatte noch mein Gefäß, aber da war kein Öl drin. Es war nicht gebrochen. Ich habe gelebt, wie ich wollte. Mir war alles egal. Ja, Sonntag war ich hier in der Gemeinde. Ich war hier. Ich war auch auf der Taufe. Und ich habe mich so gut gefühlt. Ich habe gedacht, Halleluja, endlich mal Frieden mit Gott. und ich war früher Raucher. Jesus hat mich sogar vom Rauchen befreit. 2014 hat mich Jesus vom Rauchen befreit. Und ich war so sicher, alles ist gut. Jesus hat mich vom Rauchen geheilt. Ich habe sogar Zeugnis erzählt. Jesus ist gut, er hat mich von Rauchen befreit. Ich habe mich taufen lassen, ich lebe mit Jesus jetzt. Jeden Sonntag bin ich in der Gemeinde. Warum? Weil mein Herz nie gebrochen wurde. Ich habe Jesus gar nicht gebraucht. Ich habe ihn nicht gebraucht. Aber dann irgendwann wir haben geheiratet mit Galina, ich habe meine Frau geheiratet, wir haben ein Kind bekommen und unsere Ehe ging immer schlechter, schlechter, schlechter. Ich war schuld. Und irgendwann war unsere Ehe am letzten seidenen Faden. Der letzte Faden war da. Die letzte Lüge noch irgendwie. Ich habe gewusst, wenn diese Lüge jetzt reißt, ist alles vorbei. Das Leben ist kaputt, ein Kind ist da, eine Ehe ist da. Alles wird kaputt sein. Und dann habe ich gemerkt, habe ich angefangen, die Bibel zu lesen, da habe ich gemerkt, ein lebendiger Gott ist oben. Aber ich kann ihm gar nicht antworten, ich kann gar nicht mit ihm reden. Und so ging ich auf die Suche, wo ist dieser Gott? Und dann war ich Lkw-Fahrer, bin ich unterwegs und habe dann oft mit meinem Bruder telefoniert und dann frage ich ihn, ja, Eugen, was soll ich machen? Ich merke, da ist ein lebendiger Gott, aber ich kann ihn nicht anrufen, ich kann nicht mit ihm reden. Ich merke, er ruft mich, er zieht mich, aber ich kann nichts machen. Ich fühle mich, wie wenn er bei mir klingelt, aber ich kann nicht abnehmen am Handy. Es klingelt die ganze Zeit. Das macht mich nervös. Ich kann aber nicht abnehmen, was soll ich tun? Dann sagt er zu mir, du weißt du Arthur, das Beste, was du machen kannst, bete einfach um ein reines und ungeteiltes Herz. Das ist das Beste, was du machen kannst. Und ich war so wütend. Ich habe das Handy genommen und in die Ecke geschmissen. Auf dem Beifahrer sitzt dort. Ich wollte eine Antwort haben, aber nicht sowas. Reines und ungeteiltes Herz. Was soll das? Und ich fahre weiter. Und dann, mach es doch einfach. Mach das doch einfach. Was hast du zu verlieren? Das ist doch sowieso alles schon kaputt. Das kannst du probieren. Dann bin ich runtergefahren von der Autobahn. Da war eine riesen Betonplatte. Kein Parkplatz, einfach eine Betonplatte. Da habe ich mich hingestellt, bin auf meine Knie gegangen und habe gesagt, Jesus, ich brauche dich. Komm in mein Leben. Komm in mein Herz. Ich brauche dich. Mein Leben ist kaputt. Ich habe alles kaputt gemacht. ist zerbrochen. Ich brauche dich. Wenn es dich gibt, komm in mein Herz und gib mir ein reines ungeteiltes Herz, das nur noch so leben will wie du, wie es in der Bibel steht. So ungefähr habe ich gebetet. Amen. Dann ging der Tag vorbei und dann nachts bin ich von der Arbeit nach Hause gefahren. 10 Uhr nachts war ich nach Hause. Ich bin jeden Tag über rot gefahren. Das war mir egal. Ich bin einfach gefahren. Ich hatte ja keine Zeit. Und dann fahre ich wieder über rot. Und dann auf einmal habe ich angefangen zu weinen wie ein kleines Kind. Was habe ich getan? Ich bin über rot gefahren. Ich bin der größte Sünder. Vergib Vater, vergib mir. da hat sich was geändert. Dann bin ich auf einmal anders gefahren. Nicht weil ich so gut bin, weil Jesus gut ist. Dann hat sich mein Leben angefangen zu verändern. Markus 2 Vers 17 Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Ich war der größte Sünder in dem Auto. Ich habe gegen die Gesetze verstoßen. Ich brauche Vergebung. Was habe ich da getan? Ich habe es vielleicht 10.000 Mal gemacht. Das war mir egal. Ich hatte immer eine Ausrede. Keine Zeit, keine Lust, irgendwas. Bremsen kostet auch Geld. Egal welche Ausrede, aber an dem Abend war es mir nicht mehr egal. Hat Jesus gesagt, das ist falsch, das ist Sünde. Kehr um. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Wir haben auch vorhin gewartet, oder? Bis das Video losging, bis der Film endlich anfing. Und so ist es auch mit uns Menschen. Wir werden alle schläfrig. Ob wir Öl haben oder kein Öl haben, wir schlafen alle irgendwann mal ein. Wir werden alle irgendwann mal schwach. Das ist nicht schlimm. Wir sind Menschen. Wir werden so oder so versagen, mit oder ohne Jesus. Wir werden immer von seiner Gnade abhängig bleiben. Wir werden nie sagen können, ich bin gut. Ich brauche Jesus jetzt nicht mehr. Wir werden jeden Tag fallen. Und jeden Tag müssen wir von seiner Gnade abhängig sein. Anders geht es nicht. Amen. Schlafen alle ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht aus, ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen. Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Warum haben die vorher nicht das Öl gehabt? Haben sie es nicht gemerkt? Nein. Sie haben es nicht gemerkt. Sie dachten, es ist alles perfekt. Ich habe doch getauft. Ich habe doch Bibel gelesen. Ich habe doch im Gottesdienst gewesen. Ich habe alles erfüllt. Was willst du noch? Ich will ein zerbrochenes Herz, gebrochenen Geist. Anders geht es nicht. Und was machen die Törichten? Die fragen bei Menschen nach Öl. Und so oft ist es heute, dass ein Mensch oder ein Bruder oder eine Schwester zu anderen Brüdern und Schwestern geht. Gib mir von deinem Öl. Das geht nicht. Wir können nicht unseren Geist abgeben jemand anderen. Nur Jesus allein nur Jesus allein der wahre Gott kann uns Öl geben. Das wahre Öl, den Heiligen Geist, nur Jesus. Das hat er gesagt. Er hat es gesagt. Aber aber sage euch die Wahrheit spricht Jesus. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden, den Heiligen Geist. Wenn Jesus geht, wird er ihn senden. Er wird ihn senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Wenn der Heilige Geist kommt, er wird das tun. Er wird die Welt, die Menschen, die noch zur Welt gehören, ob die in der Gemeinde sitzen oder draußen sitzen, spielt keine Rolle. Aber wenn jener kommt, der Heilige Geist, er wird überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Das macht er. Er macht nicht, was er will, sondern er macht das, was Jesus hat ihm gesandt und sagt, so wird es sein. Wenn jener kommt, wird er das und das tun. Es ist ein Heiliger Geist, es sind nicht verschiedene Heilige Geiste, er macht dasselbe. Als Paulus die Gemeinde töten möchte, alle umbringen, die zu Jesus gehören, reitet er auf sein Pferd und war so wütend auf die Gemeinde. Doch dann kommt auf einmal Jesus und er fällt vom Pferd und Paulus sagt, Herr, wer bist du? Und Jesus sagt, ich bin Jesus, den du streichelst, den du verfolgst. Jesus hat ihn mit seiner Sünde konfrontiert, den du verfolgst, du bist ein Verfolger, Paulus. Saulus, sagt er, Saulus, da war noch Saulus. Und dann ist er umgekehrt. Jesus hat ihn mit Sünde konfrontiert. Und als ich dann mit dem Auto über die rote Ampel gefahren bin und so weiter, ging mein Leben so weiter und dann ungefähr eine Woche später wollte ich von zu Hause mit meiner Frau wegfahren, mit diesem getonten Auto, ohne Katalysator, ohne alles illegal. Ich fahre unsere Einfahrt runter, bis vor die Straße und dann auf einmal auf die Bremse und der Heilige Geist kam über mich. Ich stand vor der Straße und wisst ihr, was der Heilige Geist zu mir gesagt hat? Arthur du bist ein verlorener Sünder und er hat mir alle so meine Sünden gezeigt wie so ein Film da habe ich gelogen da habe ich betrogen da habe jemanden geschlagen alles mögliche ich habe alles gesehen und er sagt Arthur du bist ein verlorener Sünder und er hat es mir bewiesen er hat es mir gezeigt er hat die Beweise mir gezeigt das Einzige was ich getan habe gesagt ja ich bin wirklich verloren und der nächste Satz war wenn du möchtest kannst du diese ganze Sünde Jesus zum Kreuz bringen und er wird dir vergeben das Einzige was ich getan habe in meiner Schwachheit habe ich gesagt ja ich will das diese Sünde die hat mich so runter gedrückt ich habe mich gefühlt wie Judas ich habe Jesus ans Kreuz gebracht mit meinen Sünden ich bin ein verlorener Sünder ich will das Jesus zum Kreuz bringen und in dem Moment ging die Decke vor meinen Augen weg und ich habe gesehen was für ein Sünder ich wirklich bin ich sage zu Galina ich kann mit dem Auto nicht mehr fahren jetzt fahre ich schon vier Jahre mit dem Auto jeden Tag jetzt kann ich nicht mehr fahren hier ist alles illegal hier ist kein Katalysator hier ist keine Eintragung von PS nichts ich kann mit dem Auto nicht mehr fahren ich habe einen Rückwärtsgang reingemacht und in die Garage gefahren bin ich nicht mehr mit dem Auto gefahren er hat mich überführt von Sünde das ist Sünde wenn du fährst von Gerechtigkeit das ist falsch ohne Katalysator das nennt man Steuerhinterziehung das ist falsch das ist Sünde und von Gericht wenn du das tust wirst du in die Hölle gehen du bist verloren so und das Problem ist dass wir oft einem anderen Evangelium ein falsches Evangelium glauben ein Wohlstandsevangelium kommt zu Jesus alles wird gut es ist jetzt gut und dann wird es noch besser oder bleibst so wie du bist das hat Jesus nie gesagt er hat gesagt reinigt euch heiligt euch zieht neue Kleider ein ich will euch ein neues Herz geben er sagt nicht behalt das alte Herz das steinerne steinisch gut nein er will ein fleischernes damit wir seine Gebote folgen können 2. Korinther 11 3 bis 4 es gibt ein falsches Evangelium ich fürchte aber schreibt Paulus er war in Korinth eine Gemeinde die hat alle Gaben gehabt alles war scheinbar gut die haben alles gemacht wenn er schreibt im 2. Korinther ich fürchte aber es könnte wohl womöglich so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus denn wenn der welcher zu euch kommt einen anderen Jesus verkündigt verkündigt den wir nicht verkündigt haben oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt den ihr nicht empfangen habt oder ein anderes Evangelium das ihr nicht angenommen habt so habt ihr das gut ertragen einen anderen Jesus verkündigt gibt es zwei Jesus oder gibt es einen Jesus es gibt ein Jesus ein Gott der Vater ein Gott der Sohn und ein Gott der Heilige Geist es gibt keinen anderen Jesus es gibt keinen Jesus mit dem ich sündigen gehen kann Jesus liebt mich ich kann machen was ich will Gnade das ist billige Gnade er sagt geh und sündige nicht mehr sonst wird dir etwas schlimmeres widerfahren lass uns die Bibel ernst nehmen keine billige Gnade die Gnade ist für uns wir dürfen leben unter der Gnade aber sie nicht schamlos ausnützen und unser Fleisch damit gut zu tun ich habe 2015 hier das Übergabegebet gebetet ich habe mich taufen lassen 2015 aber ich hatte kein Öl ich hatte kein Öl ich habe es nicht mehr gewusst ich dachte es ist alles gut es brennt doch die Lampe brennt das reicht was ist wenn wir unser Leben Jesus übergeben in einem Gebet aber der Heilige Geist nicht kommt was ist wenn wir unser Leben Jesus abgeben aber der Heilige Geist nicht kommt er hat versprochen dass er kommt aber wenn wir es nicht ernst meinen wenn wir es nicht so meinen so wie die Bibel es sagt dann passiert auch nichts weil er sagt ihr müsst vom Neuen geboren werden wahrlich wahrlich ich sage euch ihr müsst wer nicht aus Wasser und Geist geboren wird Wasser und Geist die Bibel das Wort und der Heilige Geist dass dass wir auch das annehmen was er gesagt hat dass er auch sagt nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach bin ich das bereit zu tun oder will ich nur die Vorteile empfangen dafür ist Jesus nicht gekommen er ist gekommen dass keiner verloren geht dass du gerettet wirst und dem Nächsten sagt umsonst habt ihr empfangen umsonst geht weiter bist du bereit das zu tun Jesus zu folgen die törichten aber sprachen zu den klugen gebt uns von eurem öl denn unsere lampen erlöschen aber die klugen antwortet und sprachen nein es würde nicht reichen für uns und für euch geht doch vielmehr hin zu den händlern und kauft für euch selbst während sie aber hingingen um zu kaufen kam der bräutigam und die bereit waren gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen Herr Herr sie klopfen Herr Herr tu uns auf er aber antwortete und sprach wahrlich ich sage euch ich kenne euch nicht darum wacht denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde in welche der Sohn des Menschen kommen wird ist meine Frage wie kann das sein ich kenne euch nicht wie kann das sein sie waren doch bereit sie haben doch ihre 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 Lampen gehabt sie gingen doch dem bräutigam entgegen sie haben doch genauso gemacht wie die anderen fünf und jetzt sagt Jesus ich kenne euch nicht und das Problem ist viele Menschen wollen auf ihre eigene Art und Weise Jesus folgen so wie es für sie bequem ist so wie der reiche Jüngling der reiche Jüngling kommt zu Jesus fällt auf die Knie guter Meister was soll ich tun um ewiges Leben zu erben wie soll ich in den Himmel kommen was soll ich tun du kennst schon die Gebote du sollst Vater Mutter ehren du sollst nicht stehlen du sollst nicht töten du sollst nicht lügen ja das alles habe ich getan von meiner Jugend an von meiner Jugend an bist du ohne Sünde und Jesus sagt in voller Demut eins fehlt dir noch geh geh hin und verkauf alles was du hast und gib es den Armen dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und geh nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach aber als er das hörte ja jetzt soll ich alles verkaufen jetzt soll ich dir nach folgen das Kreuz das Kreuz ist unbequem ja es ist unbequem aber es ist es wert für Jesus zu leben ist wert für ihn alles zu geben er ist für uns ans Kreuz gegangen er hat nicht vorher gesagt jetzt reicht's jetzt habe ich schon die Dornenkrone jetzt reicht's jetzt wurde ich schon gepeitscht jetzt will ich nicht die Nägel haben nein und wie ein Schaf das zu Schlachtbank geführt wird verstummte er und tat seinen Mund nicht auf für uns sündige Menschen damit wir nicht verloren gehen wenn er nicht gegangen wären wären wir alle verloren es wird keiner gerettet aber er hat Gnade geschenkt und er war auch im Fleisch und hat sich hingegeben wie ein Lamm das geschlachtet worden ist für unsere Schuld weil wir gesündigt haben er musste nicht gehen aber er hat uns so sehr geliebt der Vater dass es einen eingeborenen Sohn gab damit jeder der an ihn glaubt nicht verloren geht sondern ewiges Leben hat er hat seinen Sohn nicht gesandt damit er die Welt verderbe sondern damit die Welt durch Jesus gerettet werde Jesus ist bereit und er sagt zu Petrus wie es sein soll ganz klar er sagt ganz klare Linie wie wird es sein wie soll es sein johannes 21 18 wahrlich wahrlich ich sage dir als du jünger warst gürtest du dich selbst und gingst wohin du wolltest ja als ich jünger nicht ein jünger als ich noch jung war bevor Jesus mich gefunden hat bevor Jesus zu mir kam bin ich dahin gegangen wo ich wollte ja ich bin sonntags hier gewesen zwei Stunden und danach bin ich wieder hingegangen wo ich wollte es war mir alles egal ich habe einen Haken gemacht ich war da ich werde auf jeden Fall gerettet sein ich werde ihm zeigen meinen Terminkalender da und da und da und da und da und da war ich im Gottesdienst das bringt gar nichts als du jünger warst gürtest du dich selbst und gingst wohin du wolltest kannst du das über dich selber sagen als du bevor Jesus kam hast du gemacht was du wolltest und Gott war dir voll egal kannst du das über dein Leben sagen ich war schon immer gläubig das gibt es nicht es gibt keine Mensch der immer gläubig ist wenn du aber alt geworden bist wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen wohin du nicht willst und das sagt Jesus so wird es sein früher hast du gemacht was du möchtest aber später wenn du Jesus wenn du mir nachfolgst dann wird es so sein dass du dorthin gehst wohin du gar nicht hin willst da willst du gar nicht hin willst du mir trotzdem folgen ich werde dich hinsenden wo du nicht hin willst willst du trotzdem mir folgen oder sagen nein mein schönes zu Hause meine schöne Arbeit guck mal was ich alles erreicht habe und die Bibel sagt du nah was wird es sein wenn Jesus heute seine Seele von dir fordert wem wird es gehören was du bereitet hast es wird alles weg es wird alles vergehen Himmel und Erde werden vergehen hat Jesus gesagt aber meine Worte die Bibel was in der Bibel steht wird ewig bleiben er sprach aber es sprach aber auch ein anderer Herr ich will dir nachfolgen und jetzt kommt die Bedingung wie will ich Jesus nachfolgen zuvor aber erlaube mir von denen die in meinem Haus sind Abschied zu nehmen Jesus ich will dir nachfolgen aber ich will meinen Arbeitsplatz behalten ich will so und so viele Kinder haben ich will das und das haben ich will da und da das und das machen ich will diesen und diesen Urlaub machen dann folge ich dir nach und Jesus sagt Jesus aber sprach zu ihm niemand der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt ist tauglich für das Reich Gottes niemand und Jesus ist der Pflug der das umdreht die Menschen neu macht und wenn wir unsere Hand an Jesus legen dann werden wir auch Menschen erzählen und sie werden neu machen sie werden auch neu gemacht aber wenn deine Hand am Pflug ist und du dann zurückblickst sagt er nein nicht möglich niemand niemand du bist dann nicht tauglich gedenkt an Loths Frau Lot war in der Stadt Sodom Gomorra alle haben gesündigt Jesus führt ihn heraus und seine Frau war nebendran jetzt überlegt euch mal wenn wir jetzt zu Lot gesagt hätten und zu seiner Frau oh ihr seid hier aus Sodom Gomorra rausgekommen ihr seid beide gerettet worden Halleluja dann laufen sie weiter und auf einmal dreht sich Loths Frau um und wird versteinigt weil ihr Herz noch in der Stadt war weil sie gar nicht raus wollte sie wollte nicht die Hand an den Pflug legen sie wollte nicht Jesus folgen sie wollte ihr altes Leben sie wollte zurück nach Ägypten lasst uns selber prüfen wo wollen wir hin was wollen wir wirklich Matthäus 7 19 bis 27 spricht Jesus jeder Baum der keine gute Frucht bringt wird abgehauen und ins Feuer geworfen darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen nicht jeder der zu mir sagt Herr, Herr wird in das Reich der Himmel eingehen sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut viele werden an jenem Tag zu mir sagen Herr, Herr haben wir nicht in deinem Namen Geweiß sagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht und dann werde ich ihnen bezeugen ich habe euch nie gekannt weicht von mir ihr Gesetzlosen ein jeder nun der diese meine Worte hört und sie tut den will ich mit einem klugen Mann vergleichen kluger Mann kluge Jungfrauen törichter Mann törichte Jungfrauen Jesus sagt nicht jeder der Herr Herr sagt nicht jeder aber wir haben doch Dämonen ausgetrieben wir waren doch in der Gemeinde wir haben doch Suppe ausgeteilt wir waren jeden Freitag da wir haben doch Bibel gelesen wir haben gebetet wir haben viele Wundertaten vollbracht ich habe gebetet Jesus befreie mich von Rauchen ich schaffe es nicht allein Jesus hat mich geheilt aber es hat mich nicht gerettet das hat mich nicht gerettet Heilung rettet nicht unbedingt wir brauchen ein zerbrochenes Herz sondern wer den Willen meines Vaters tut sagt Jesus wer den Willen meines Vaters tut was ist der Wille des Vaters ein jeder nun der diese meine Worte hört Vers 24 ein jeder nun der diese meine Worte hört und sie tut das ist der Wille des Vaters den will ich mit einem klugen Mann vergleichen der sein Haus auf den Felsen baute als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen so wie auch heute so viel Unwetter so viel Wasser überall nicht irgendwo in Afrika Stuttgart Tübingen Altensteig wenn das Platzregen kommt wo wirst du sein und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen fiel es nicht denn es war auf den Felsen gegründet steht euer Haus noch es ist auf Sand auf Stein Amen baut auf Stein es hält preis dem Herrn und jeder der diese meine Worte hört und nicht tut wird einem törichten Mann gleich sein der sein Haus auf den Sand baute als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig nicht jeder wird eingehen sagt Jesus sondern wer den Willen meines Vaters tut wer meine Worte hört und sie tut wenn wir das tun was er sagt meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen ihr einem anderen werden sie nicht folgen aber meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir hörst du die Stimme des Heiligen Geistes hörst du dass sie klopft an deinem Herz darum wie der Heilige Geist spricht heute wenn ihr seine Stimme hört so verstocket euer Herz nicht heute wenn ihr seine Stimme hört jetzt wenn du seine Stimme hörst so verstock dein Herz nicht verstock dein Herz nicht heute nicht morgen morgen kann zu spät sein heute wenn du seine Stimme hörst so verstocket dein Herz nicht ich war 21 Jahre alt ein guter Freund von mir hat einen anderen Freund von uns angerufen und hat gesagt ich bin in 20 Minuten bei dir und er fuhr von Rottenburg nach Eutingen 300 Meter vor dem Ortsschild kam er auf die andere Seite frontal in den Lkw rein war sofort tot mit 23 das Ende des Lebens hat kein Alter ihr denkt mal ja irgendwann mal die Bibel sagt heute wenn ihr seine Stimme hört verstock dein Herz nicht wenn er heute klopft lass ihn rein wir können uns nur bekehren wenn er klopft wir können nicht selber entscheiden wann wir es wollen wann es uns recht ist ich gehe erstmal nach Hause und will mich verabschieden wenn du heute hörst seine Stimme dann verstock dein Herz nicht du darfst zum Kreuz kommen Jesus will dich retten Jesus will dir Öl schenken umsonst dass deine Lampe nicht erlöscht dass du genug dabei hast und Jesus liebt dich ganz besonders Jesus spricht in Offenbarung alle die ich lieb habe alle die ich lieb habe die nehme ich auf den Schoß nein steht in der Bibel nicht alle die ich lieb habe die überführe und züchtige ich von was überführen von Sünde wenn du heute merkst dass du ein verlorener Sünder bist dann komm dann komm Jesus ist treu und wenn wir unsere Sünden bekennen dann ist er treu und gerecht und vergibt uns und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit so sei nun eifrig und tue Buße siehe ich stehe vor der Tür und klopfe an wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir heute wenn du seine Stimme hörst verstock er dein Herz nicht lass Jesus hinein er will dir Öl geben und er will mit dir feiern die Hochzeit die Hochzeit des geschlachtenen Lammes wenn du seine Stimme hörst dann öffnet sein Herz für ihn Jesus ist der Bräutigam wir sind die Braut und er will uns Öl geben das überfließt unser Pastor Paul möchte gerne auch mit euch beten wenn du willst und merkst dass die Stimme heute klopft in deinem Herz dann ist Paul gerne bereit mit dir zu beten die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit uns allen Amen